Lieferantenerklärungen sind sogenannte Vorpapiere im Präferenzverkehr. Die Lieferantenerklärungen spielen im Allgemeinen nur eine Rolle für Lieferungen innerhalb der Europäischen Union. Mit ihnen wird nachgewiesen, dass ein Formmaterial, das zur Herstellung eines Erzeugnisses verwendet wird, bereits seinen präferentiellen Ursprung in der Europäischen Union hat. Wird die Erklärung für eine einzelne Lieferung abgegeben, nennt man sie Einzellieferantenerklärung. Die Erklärung kann aber auch für mehrere Lieferungen in einem längeren Zeitraum abgegeben werden. Dann nennt man sie Langzeitlieferantenerklärung. Der Wortlaut der Lieferantenerklärung ist gesetzlich verbindlich vorgegeben. Für die Praxis bedeutsam ist, dass eine Lieferantenerklärung auch für die Vergangenheit abgegeben werden kann. Verwendet ein Ausführer falsche Lieferantenerklärungen, läuft er Gefahr, dass die Präferenzen für seine Waren nachträglich aberkannt werden. Dies kann zur Folge haben, dass er gegenüber seinem Kunden im Drittland vertragsbrüchig wird, weil dieser die Waren nicht mehr mit einer Präferenz einführen kann.